Ja, hallo, mein Name ist Christoph Wackhaus. Ich komme gebürtig aus Erfurt, habe Theologie in Dresden, Leipzig, Halle und in Rom studiert. Ich bin aktuell Pfarrer im Sendungsdienst im Fahrbereich Knau im Südosten von Thüringen. Und für die Arbeit in der EKM wünsche ich mir, dass wir als Pfarrer wieder mehr bei den Leuten sind, die Leute besuchen, wenn guten wie in schlechten Zeiten bei ihnen sind und wieder als Pfarrerinnen und Pfarrer wahrgenommen werden. Das wünsche ich mir.